Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir waren wieder auf Turnier und ich habe eigentlich geplant, euch das ganze Wochenende mitzunehmen oder zumindest das ganze Turnier mitzunehmen und habe auch deswegen am Abend vorher ein bisschen für euch naja gefilmt, wie ich meine Sachen putze und alles vorbereite, weil ich eigentlich geplant habe, daraus ein größeres Video zu machen oder auch eher ein Follow-me-around zu machen. Das hat nicht ganz geklappt. Trotzdem würde ich euch gerne die Clips einfach zeigen. Und hänge dann einfach danach die beiden Prüfungen dran. Wir sind einst die 1-Sterne-Gritten und ein A2-Sterne. Schaut es euch einfach an. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Video. So, ich muss jetzt noch die ganzen Sachen für morgen putzen, da ich das leider nicht mehr im Stall geschafft habe, weil unser Stall schon zugemacht hat. Mache ich das jetzt zu Hause in unserem momentan noch unaufgeordneten Fertikeller und gucke jetzt mal, dass ich die Sachen schnell fertig mache. Aber ich muss alles noch putzen. Hier liegt ja schon das voller Zeug. Naja, auf geht's! Damit mache ich übrigens momentan unsere Sachen sauber von Karen, J. & Martin. Das klappt richtig, richtig gut. Das Leder ist danach super schön weich und griffig. Zugegeben, ich müsste es öfters machen. Ich bin leider nicht so der Putzteufel. Aber wir finden es auf jeden Fall richtig gut und deswegen fange ich jetzt auch mal an zu putzen. Und das ist einfach so der Conflict. Ich meine, ich hab's noch mal an zu tun. Und das ist ja auch so der Grandma-Tit. Und ich bin jetzt auch ganz, ganz stabil. Und ich hab's noch mehr. niesen, weil das irgendwie so dolle nach Zitrone riecht, dass ich davon immer niesen muss. Aber es ist super, denn die Sachen sind danach richtig schön sauber und richtig schön glänzend und die fühlen sich richtig gesund an. So, ich habe euch alle Sachen geputzt und so weiter alles zusammengeräumt und dann geht es morgen früh auch schon ganz früh in den Stall und ich bin ganz gespannt und unheimlich motiviert. Ich freue mich sehr, dass jetzt die Turniersaison so richtig losgeht. Unsere erste Prüfung war ein Stil A mit einem Stern. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, von Anfang an einen guten Galopp zu reiten im Parcours. Das gelingt mir aber leider gar nicht. Ich sitze, bevor der Parcours losgeht, schon richtig der Ulala am Nacken. Ich hätte einfach ein bisschen in den leichten Sitz gehen müssen, weil ich auch eigentlich weiß, dass ihr das so am leichtesten fällt, einfach Schwung zu entwickeln. Deshalb sieht das Ganze jetzt auch sehr abgehackt aus. Zum Ersten kommen wir trotzdem noch ganz gut hin, obwohl wir davor Galopp-Chaos hatten. Jetzt ist es hier immer noch sehr abgehackt, weil ich hier sehr im Nacken sitze. Deswegen kann sie auch den Sprung da beim Oxa nicht wirklich entwickeln. Jetzt haben wir schon mehr Rhythmus nach vorne und kommen auch gut zur Kombi hin. Sie wollte mir da links ein bisschen raus, deswegen ist die Kombi auch nicht perfekt. Jetzt die Linie, die gefällt mir sehr gut. Ich habe sie davor schön auf den Füßen. Sie hat super gehört. Und so kommen wir auch zu dem zweiten Stall wirklich schön hin, mit Abstand die schönste Linie im ganzen Parcours. Und auch zu dem Oxa haben wir einen guten Schwung nach vorne. Wir kamen ein bisschen dichter, aber es war alles noch im Rahmen und jetzt passiert es mir leider. Sie steht uns schon wieder vor dem Oxa. Das war ein Oxa, der ja etwas wuchtiger aussah und vor allem in die Ecke reinging. Nach dem Wochenende haben wir auch verstanden, dass der Ulala das wirklich schwer fällt. Ich reite jetzt nochmal an. Jetzt reitet mir die eine Reiterin da leider in die Ecke rein. Ich habe mich dann nicht mehr getraut, nochmal loszudrücken, damit sie abspringt und war halt dann nicht mehr zu 100% sicher, dass ich wirklich über den Sprung wollte. Und das war leider Hakt. Deswegen ist Ulala auch nicht abgesprungen. Naja, es kann mal passieren. Das ist auch gar kein Problem. Dann bin ich ja nochmal angeritten. Ulala ist dann wirklich ganz brach drüber gesprungen. Zwar immer noch was zögerlich, aber wirklich lieb. Den letzten, den treffen wir auch wirklich jetzt schön. Wieder mit einem guten Rhythmus nach vorne. Und im Endeffekt fand ich den Parcours auch gar nicht so schlecht. Jetzt kommt auch schon direkt das A2 Sterne. Ich wollte von Anfang an einen besseren Galopp reiten. Ulala wird jetzt hier zwar schneller und wir bekommen oft mehr Schwung nach vorne, aber es entsteht kein besserer oder ordentlicherer Galopp. Es wird ein bisschen hektisch und wir werden auch sehr schräg da zur Bande hin. Darum müssen wir unbedingt arbeiten. Trotzdem kommen wir zu dem Ochsa schön hin und haben auch einen schönen Schwung, dem wir gut mit in die Wendung nehmen konnten. Hier hätte ich sie mehr auf die Füße holen müssen. Deswegen haben wir da auch leider den Fehler, weil es sehr flach wurde. Die Wendung hätte ich ein bisschen was einleiten können. Wir kamen da hinten zu dem Ochsa, wo wir eben verstanden. Ja, trotzdem ganz gut hin. Sie hat ein bisschen geguckt, ist aber noch lieb abgesprungen. Hier wollte ich sie mehr auf die Füße holen, habe aber keine Entscheidung getroffen, nur gehalten. Deswegen wurde sie da hinten an dem Stall eng und hier hat leider auch gar nicht gepasst. Ganz, ganz liebes Pferd, dass sie da trotzdem noch abgesprungen ist. Jetzt passiert es uns leider wieder. Wir stehen schon wieder vor einem Ochsa, der etwas wuchtiger aussieht und genau auf die Bande zugeht. Nach diesem Wochenende haben wir dann auch verstanden, dass das genau unser Problem liegt oder dass solche Situationen der oder la einfach schwerer fallen. Ich wollte nochmal direkt anreiten und da ist sie mir leider schon wieder links weggebrochen. Ich hätte jetzt auch ruhig mal links auf die Schulter tippen können. Da musste ich einfach schneller reagieren. Ich habe mich aber nicht getraut, vorm Sprung wahnsinnig viel Druck zu machen oder vorm Sprung die Gärte nochmal einzusetzen, weil sie mehr Leichling halt in den Sprung reingesprungen ist und das wollte ich halt da auf keinen Fall. Deswegen haben wir jetzt da auch unseren dritten Stier und leider ist sie mir da auch rechts ausgebrochen. Das war es dann auch schon wieder mit unserem Turnierberichtsvideo. Naja, das war wirklich auch nicht unser Wochenende. Es hat schon einfach damit angefangen, dass wir nicht genau wussten, ob wir wirklich losfahren sollten, weil es total geregelt hat und wir uns dann erst kurzfristig entschieden haben, doch noch loszufahren. Deswegen war alles auch so ein bisschen chaotisch und naja, deswegen habe ich auch kein größeres Video für euch gedreht. Das Problem mit den Stehern im Parcours, das sitzt mir ganz schön im Magen, muss ich sagen. Wir probieren einfach daran, jetzt momentan zu arbeiten und ich bin einfach sehr gespannt, wie die Turniersaison für uns jetzt aussehen wird. Als nächstes haben wir ein Turnier, was schon draußen auf dem Platz stattfindet. Ich bin einfach mal gespannt, wie Odala sich da anstellen wird. Ich hoffe und vermute es auch, dass es da wieder besser klappen wird, weil ich glaube, der Odala ist einfach schwierig, in Hallen zu springen und dann halt so auf die Bande zu springen zu müssen. Dass wir daran arbeiten müssen, ist keine Frage, weil ein Pferd muss auch in der Halle springen können und ich möchte natürlich auch, dass wir diese Hürde zusammen dann meistern. Das wird aber einfach noch ein bisschen Zeit brauchen. Ich bin gespannt, wie das nächste Turnier läuft und ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen und hoffe natürlich auch, dass ihr bei unserem nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss!